Das ist hier mein Zimmer! Wo gehen die denn alle hin? Das ist halt meine! Ich wollte doch gerade eine... Was sind denn das bloß für Tüten? Aber ohne Zahnbasta und ohne Seife können die eh nix anfangen. Na denen werde ich's fest zeigen! Hey, we're looking for gel and stuff. Was? Danke, danke. Danke, danke. Oh, mein Handtuch! Touristen-Gridicke! Ha! Ha, ha, sieh, das wird ein gemütlicher Fernseher! Was wollt ihr denn mit der neuen Fernseher? Hey, Moment! Nein, das gefällt mir aber nicht, ich muss sogar noch andere gehen! Das ist besser! Ja, ja, ja. Jetzt reicht's mir aber los mit euch! Raus, raus, raus! Verschwindet! Hä? Hau ab! Aber wir wollten nur ein bisschen miteinander Fernsehen gucken! Ein bisschen zusammen, aber ihr guckt und ich, ich gucke und gucke wieder! Ah, die Gage, die Gage! Sorry! 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 Leute wissen, was das für Leute sind, was komische! Serviert! Nix dabei! Was wollen wir denn? Raus! Oh, das ist ja vielleicht ein lausiges Hotel! Jetzt halt ich das Schild schon seit einer Stunde! Und keiner kommt putzen! Tag und Ferti, Ihr Essen? Haa, Zimmerservice! Wex ist aus Essen da, hat der. Ah, lecker. Haa, yummy, yummy, yummy. Haa, sie, es gibt Papi. Haa, mwah. Haa? Oh, nein, die schon wieder. Ach, so ein Mist, ich bin fix und fertig wegen dieser doofen Typen. Der Kopf brummt mir. Ach was, auch schon wurscht. So, ja, dreckig bin ich, weil ich nicht duschen konnte. Zu futtern habe ich nichts gekriegt. Wo ist denn jetzt wieder die Fernbedingst? Haa, kann man nur hoffen, dass was G'scheites im Fernsehen ist. Naja. Hübsch die Musik, sehr hübsch. Haa. 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 Das sind doch die Typen, die doofen. Haa. Was? Das sind ja Korn in die Ecke. Haa. 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 Mist. Ich hab Korn in die Ecke hinausgeekelt. Alle Knackenden werden mich hasst! Ich werde mich wohl entschuldigen gehen. Haha! Tja! Das war ja vielleicht ein bescheuertes Wochenende, war das. Ja, aber dann bin ich gegangen, hab mich entschuldigt und wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Ja, aber nicht jetzt, jetzt haben wir keine Zeit. Ich will auch gar nichts stören. Ich wollte mich nur entschuldigen dafür, dass ich vorher so ekelhaft war. Aber ich wusste ja nicht, dass ihr die Korte in die Eckzeit habt. Komm an, Annie, mein Freund. Ja, ist wieder gut. Aber wir haben die alte Confetti vermisst. Ja, wir waren sehr enttäuscht mit dir. Wir möchten gerne die alte wieder haben. Ja, ja, alles klar, keine Panik. Ich konnte ja nicht wissen, dass ihr Korte in die Eck seid. Ja. Auch wenn wir nicht Korte in die Eck sind, dann auch. Nein, ich dachte, ihr seid irgendwelche Dosen-Touristen. Ja, aber es ist nicht wichtig, dass wir Korte in die Eck sind. Es ist wichtig, dass du ein bisschen langweilig warst. Ja, ich finde es schon wichtig, dass ihr Korte in die Eck seid. Ja, immer lieb sein. Ja, immer lieb sein. Es ist ja auch wichtig, dass ich der berühmte einzigartige Confetti bin. Ja, echt. Ja. Ja. Was macht ihr denn hier in Saalbach? Urlaub machen. Schief fahren, ein bisschen disco. Ja. Ja, alles gut. Auch ein Auftritt gemacht. Oh ja. Auch ein Auftritt gemacht. Ja, war's toll. Ja, war's sehr toll. Ja, war's sehr toll. Viele Fans da gewesen? Ja. Ja, auch. Haha, super. Hier ist die Hase wieder zurück, aber lieb sein diese Male. Oh ja, her damit. Ha. Hättest du gerne eine Freundin, die so ausschaut? Die Augen sind gut, das andere weiß es noch nicht genau, aber die Augen sind super. Ja. Hast du eine Freundin? Ich? Ja. Warte mal, ich bin doch noch nicht so klein. Nein, das ist schön. Du kannst knüssen, knüddeln und küschen und nach Kino gehen und so weiter. Das ist schön. Du bist doch nicht zu jung dafür. Doch, ich bin viel zu jung für sowas. Wir konnten hier geschwitzt gemeinsam was singen. Habt ihr ein neues Lied? Ähm. Ja. Was fand's? Das ist hier. Oh, hier. Hier. Oh, hier. Oh, das ist so wunderbar. Ah, das ist hier. Ah. Das ist hier. Ja. Ja, das ist ja. Ja. Do it for love. Ja. Do it for you. Let's do it for me. Let's do it for all the family. Come on, let's get it right. Let's hold on tight, what most love one, Let's get together. Klasse! Jippee! Ist das gut oder nicht? Spitzer ist das! Super! Toll! Großartig! Tolle Geschichte! Was?